Hallo und herzlich willkommen zurück, ich bin der Supervati und wir spielen zusammen Sons of the Forest. Ja, wir sind hier in dieser Unendlich-Höhle. Hoffentlich auf dem Weg nach draußen. Wenn wir es dann hier mal schaffen, den Weg zu finden hier. Ach. So, da hinten sind auch noch mal wieder welche. Hm. Ich will aber noch im Eimer gucken. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass da gerade noch so ein Artefaktstück war. Darum will ich im Eimer gucken. Da oben. Kann man da nicht hin? Ja, Gott sei Dank bin ich nochmal zurückgegangen. Hier ist nämlich noch ein Artefakt. So. Und er hat auch wieder eine Ausdauer. Ja, da haben wir ein Artefaktstück. Das erste. So, nimm deine Waffe wieder an der Hand. Und dann können wir weiter. So, ich will eben einmal kurz gucken. Kann ich die nur ausrüsten. Okay. Boah, so viel Tags haben wir. GPS-Preise, ne? Kann ich mal ein Arten. Ein bisschen Fallflex. Ein bisschen Energy. Und muss ich die mal aus. Das war noch mehr 9 Millimeter. So, das war getroffen. Oh Gott, jetzt ist es dunkel, jetzt ist es dunkel, jetzt ist es dunkel. Das war auch getroffen. Zwei Stück brauchen die. Das war getroffen. Oh Gott, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Oh, scheiße. Geiser. Nicht getroffen. Scheiße, der ist ein bisschen flippig. So. Das war das mit einer Flippigkeit. Einmal nachladen. Und dann holen wir uns die anderen beiden auch wieder, ne? Da haben wir nochmal ein Armbussbolzen gehabt. So, den haben wir. Oh Mann, das nimmt hier gar kein Ende. Das nimmt hier kein Ende. Die Megatasche. Da gucken wir mal. Dann machen wir mal eine auf. Die Ohrentasche. So, was haben wir gekriegt? Ach, nein. Den drücken wir uns gleich rein. Schneebären, ist das nicht giftig? Okay. Dann nehmen wir den mal direkt wieder mit. Beine und Co. Haben wir. So, vergammelt. Dann schmeißen wir die mal weg. Und nimm das neue auf. Vielleicht können wir uns da noch ein lecker Süppchen von kochen. Oh, die sind. Genau, den Scheiß hab ich ja gerade weggeschmissen. Babys. Attacke. Ja, noch mehr. So, wo kommt das, Baby? Oh, spring zu. Alles klar, der ist tot. Ja, der ist tot. Alles klar. Oh, hier haben wir noch mal Munition. Und Handgranate. Exzellent. Oh, da musst du auch passen. Da lauft ihr gerne noch vorbei. Alles klar, was haben wir hier denn noch? Oh, hier ist wieder so viel Gold. Jetzt könnte man alles mitnehmen, ne? Alles klar, wir müssen da hoch. Wenn ich hier raus bin, wenn man drei Kmalze schon wieder tauchen. Wenn ich hier raus bin. So, was hat er da nicht durch oder was? Ja, doch jetzt. Wo sind wir jetzt gelandet? Oh, da sitzt einer. Okay, seine Homme voll. Alles klar, der hat nichts mehr zu bieten. So, da ist er, glaube ich. Der Höhlen-Ausgang. Oh. Gott sei Dank. Licht. Oh, heiler, ne. Das war eine Höhle, Leute. Katastrophal. So, Licht weg. Erstmal Map-Core, irgendwo wo sind wir jetzt überhaupt? Wir sind... ...unten. Alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal straight nach Hause. So, verschwinde, verschwinde, verschwinde einfach. Ich habe heute schon genug getötet. So, erstmal hier den Fluss hoch. Eigentlich hätte ich noch vor jeder Höhle, die ich schon... ...wo ich schon drin war, irgendwas hinbauen müssen. Damit ich weiß, dass ich auch schon drin war. So, hier oben ist auch nochmal eine Höhle. Bäh. Piss dich. Haut ab jetzt. Oh, scheiße, da komme ich gar nicht hoch. Da komme ich gar nicht hoch. Oder? Ist das ein Seil oder sowas? Ne, hier ist gar nichts. Shit, shit, shit. Aber er ist ja gut um Klettern. Okay, hier klappt es natürlich jetzt nicht. Ja, der klettert hier einfach so einen Abhang hoch. Oh, nur zu zögern. Alter, das war zu hoch. Ja, aber. Da bringt gar nichts. Bleib, 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 bleib. Mach dich weg. Das hier einfach so die Bäume hochklettern können. Gibt's ja gar nicht. So, da. Unter den M. Oben bei Nordpfeil. Da müssen wir hin. Und hier in die Höhle gehe ich jetzt nicht. Aber wir haben nämlich nicht mehr genug Ressourcen. Ich muss ein bisschen was weglegen. Ein bisschen was aufnehmen. Einen Moment, waren wir da nicht schon drin? Hm. Weiß ich jetzt sogar jetzt gar nicht. Aber die beiden Toten, die kommen mir so bekannt vor. So, wir haben aber noch ein gewaltiges Stück. Vor uns. Ja, das ist auch ein schöner Platz hier. Da ist eine Schildkröte. Fische sehe ich jetzt so nicht, aber im Wasser sind immer Fische, ne? So, ab nach Hause. Los nach Hause. Oder machen wir noch einen kleinen Abstecher zur Mh. Zu dem Monitor. Kann man, glaube ich, nochmal machen. Dann können wir nochmal da ein bisschen Loot aufnehmen. Okay, und wenn wir dann heute Abend Oh, einen brauchte ich nur. Hier ist irgendwo ein bisschen Da ist der Paragleter. Cool. So, wo müssen wir lang? Wir müssen hier lang. Okay, oh Gott, oh Gott. An die Bäume vorbei. An die Bäume vorbei. Ja, siehste. Das ist doch geil. So. Wir müssen aber ein bisschen weiter da hin, ne? Wenn jetzt auch nicht. Doch, können wir noch ein bisschen weiter da hin. Okay. Da müssen wir hin. Oh Gott, hoffentlich machen wir keinen Schaden. Oh. Legen wir den immer wieder ab? Können wir den nicht mitnehmen? Ne, den nehmen wir nicht mit. Ja, jetzt habe ich mein Messer wieder genommen. Ach doch. Habe ich den jetzt mitgenommen? Einen Moment. Ja, da ist er. Alles klar. Dann nehmen wir den doch mit. So, jetzt sind wir bei unserer Lieblingshülle. 17 Uhr. Dann können wir auch gleich so nach unserer Unterkunft und direkt uns hinlegen. So, das nehme ich natürlich alles mit. Die Pfeile. Und so. Den noch hin mitnehmen. 100 Druckerharz. Das haben wir alles. So, jetzt müssen wir einmal kurz gucken. Wie viel Harz haben wir? Wo war das nochmal? Das war doch auf diese Seite, ne? Hier oben war das. Wir haben 400. Dann haben wir nochmal zwei von den Druckern hier. Äh, von dem der Zechrüstung. Vielleicht noch ein machen. So. Schreibt doch mal in die Kommentare. Welche ist die stärkste Rüstung? Ist die goldene Rüstung jetzt die stärkste Rüstung? Ich weiß das so nicht. Weil die goldene Rüstung ist ja auch nur eine Rüstung. Und wir haben jetzt ja so vier, sechs, acht, zehn Stück an. So, hier vorne links ist nochmal Munition. Das hole ich mir auch noch um schnell. Hier ist komischerweise nichts los. Wie kann das? Oh, wenn man vom Teufel spricht. So, wir müssen da hin. Da ist er. Einmal hier und alles andere haben wir. So, dann lass uns mal eben in die Richtung. Ja, so schlagartig ist es auch wieder dunkel. Und man sieht kein Stück. So, das bedeutet wir müssen gleich Feuer machen. Damit wir es schön mollig warm haben. Ich weiß nicht ob ich das schon erzählt habe oder ob ihr das schon mal gesehen habt. Aber ich habe mein Bett auch umgestellt. Nämlich direkt neben neben die ähm damit man nachts nicht so friert. Hat das überhaupt Einfluss auf die Laugh-Qualität? Weiß ich jetzt sogar nicht. Stöcke haben wir voll. Oh Gott, links sind sie am Bölgen. Rechts sind sie am Bölgen. Gibt es ja gar nicht. Was wollen daneben? Okay, da fehlen uns jetzt glaube ich nur noch die Spitzhacker, ne? Die nehmen wir mal die nächsten Folgen. Einen Angriff. Okay, wo müssen wir hin? Wir müssen da hin. Jetzt geradeaus. Ah, das klingt aber auch immer hier. So, es ist jetzt 18 Uhr. Das ist eine gute Zeit, um nach Hause zu gehen. Dann können wir uns nämlich so hinlegen. Da war wieder einer. Ich habe jetzt keine Zeit für dich, Homie. so, ein Stückchen noch. Einen Moment, ich will den Spot noch im Looten. Wenn wir da schon dran vorbeilaufen, dann können wir das auch mitnehmen, ne? Ja, ich habe auch herausgefunden, was damals um etlichen Folgen über Ach, ist das laut. was mich da zum Extribuieren gebracht hat, das ist nämlich dieses rote Teil hier, muss es gewesen sein. Das rote Teil war das. Okay, hier ist alles gelootet. Exzellent. Ich dachte, ich hole mir den noch, aber nichts davon. War zu schnell, der Kleine. Okay, ab nach Hause. der Auto ist heim, Glück muss sein, ne? So, und die Treibern ist hier niemandem nicht. Und da haben wir es da. Licht ist an, Feuer ist aus. Gut, machen wir ein Feuerchen. Dann haben wir auch gleich wieder zwei Scheitel drauf. Gut, dann haben wir der ist leer. Gucken wir noch einmal die Flässchen durch. Okay, was haben wir hier dann? Wir können einmal Greg machen wir Greg, einmal Radnudeln machen wir Greg. Dann müssen wir ein Bein, zwei Beine. So, ein Kopf und zwei Arme. Dann haben wir Greg gemacht. Okay. das funktioniert nicht. Dazu müssen wir eine Axt in der Hand halten. gut, machen wir währenddessen noch mal ein bisschen dafür habe ich die nämlich Oh, Greg ist fertig. Greg ist fertig. Was haben wir hier noch? Okay, da haben wir noch was liegen. Wir haben hier noch, oh, wir müssen mal drei die Ballern wir direkt drauf. Boah, frisch. Da sind noch mehr drinne. Noch mal zwei. Und dann haben wir auch mal direkt drauf. Und da hinten gibt's glaube ich Törtels. Hier irgendwo. So, wo wir mal. Da ist noch ein Fisch. ein Törtel will ich aber noch einmal über die Ohren ziehen. Wenn ich einen finde, ne? Die ist aber blöderweise jetzt gerade, Alter. Oder sind die da nur tagsüber? Boah, dann ziehe ich die in die Ferne über die Ohren. Fuck, ich bin zu langsam. Wo ist er hin? Ich bin zu langsam. Zu wenig Ausdauer. Da ist noch einer von den Gegenden. Hey, du auch? Hey. Junge, Junge, Junge. Ach so, die sehen mein Licht, ne? Mal wegstecken hier. Okay, da ist genügend drauf. Kann ich noch was wegstellen? Hier kann ich noch ein bisschen was wegstellen. Auch noch. Da haben wir voll. Da haben wir voll. Hier haben wir voll. Hier haben wir voll. Die haben wir jetzt voll. Das ist aber Shotgun. Alles klar. Okay. Und die haben wir voll. Dann würde ich sagen, machen wir mal ein kleines Nickerchen hier. Oh ja, wir sind ja am Ende der Folge angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lass ein Like da, ein Abo da. Schreibt mir schon in die Kommentare. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und tschüss. Tschüss.